Die Einsendung von RANDOM Der in der Videobeschreibung verlinkt ist, so wie der Download zu dieser Welt Und ich springe in die Welt, betitelt mit Fallen, einfach mal rein Hm, jetzt bin es natürlich sehr gespannt Oh, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe Okay, ich hatte was anderes erwartet, aber das ist auch nicht schlecht Das ist eine relativ basic Geschichte, die interessante Technik benutzt Was ist denn das hier für eine interessante Technik? Hm, oh, ich habe ein Gefühl, was diese Technik macht Erstmal überprüfen, ob die Technik funktioniert Also, was kaputt machen Nichts passiert Warum passiert nichts? Ich habe das Gefühl Das Ach, man muss auf diesen Knopf drücken Okay, ich drücke auf diesen Knopf und jetzt schaltet sich die Maschine an Ah Ah, okay, ist doch besser als erwartet Warum, werde ich gleich erklären Diese Maschine, die wir hier nämlich sehen, ist intelligent So, das wird wahrscheinlich ein TNT sein Ne? Nein, eher, achso, das löscht die ganze Fläche Okay, gut Brauchen wir nicht So, dann schalten wir die Maschine mal an und lassen sie mal werkeln, während dieses Video läuft Wir können das, glaube ich, ein bisschen beschleunigen Ah, sieht gut aus Sie macht auf jeden Fall ihren Job Das ist ganz wichtig So Ich habe schon verstanden, was bei dieser Maschine so besonders ist Denn die Besonderheit bei dieser Maschine ist, sie schaltet sich von alleine aus Und das ist tatsächlich was Besonderes Das, ähm Ich wollte gerade sagen, überlangweilig ist ein Cobblestone-Generator Ist ja mein erstes Video, was ich hier auf YouTube habe Wenn auf meinem Kanal Bis sie die Unendlichkeit zurück guckt, ist das erste Video, was ich hochgeladen habe The Smart Wall ist genau so ein System Welches eine Wand baut Und ich wollte gerade sagen, boah, wie langweilig Kann er nicht was Besseres vorstellen? Nein Denn dieses System schaltet sich von alleine aus Das ist natürlich brillant Und zwar mit den Observerblöcken Denn die Observerblöcken erkennen, ob ein Pisten, Schalt, also ob ein Kolben Ein Block nach vorne drücken kann Und das System ist noch relativ schnell, merke ich gerade Die Observerblöcke merken auf jeden Fall, ob ein Kolben Ein Block nach vorne hatte drücken können Oder nicht Und solange, wir sehen, solange Das Ganze funktioniert Das heißt, solange die Observerblöcke Sehen, also solange die Kolben Ein Block nach vorne drücken können Funktioniert die Technik Das Problem ist nämlich, so eine Abschalttechnik konnte man früher nicht bauen Man müsste ja jeden Block überprüfen Man müsste überall gucken Kann da noch ein Block hingesetzt werden Und jetzt ist es ja möglich, weil die Observerblöcke können Also die Beobachterblöcke können überprüfen Ob der Kolben einen Block nach vorne drücken kann Oder nicht einen Block nach vorne drücken kann Dann haben wir einen kleinen Kondensator Und der Kondensator schaltet diese Fackel an Sobald das System beendet ist Und wenn der Fackel angeschaltet wird, passiert folgendes Dadurch schaltet sich dann hier diese Clock aus Und hier haben wir eine kleine Clock, die immer ein Signal gibt Und jedes Mal, wenn die ein Signal gibt, wird ein weiterer Block gebaut Und das schauen wir uns jetzt mal an Das ist nämlich jetzt gleich der Fall Achtung, letzter Kolben schaltet und Technik aus Sie steht still, die Technik Und selbst wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke Und das Ding anmache Bleibt einen kurzen Moment an Schaltet sich danach wieder aus So, jetzt möchte ich mir natürlich mal gucken, wie gut das Ding gehört Also wir machen mal einen Block weg Mal gucken, ob das auch funktioniert Also Technik anschalten Und ein Block wird gereinigt Alles wird wieder aufgebaut Und Technik schaltet sich von alleine aus Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr klug durchdacht Und natürlich eine coole Sache Denn vor allen Dingen, weil es auch lagfreundlicher ist Die Technik ist nicht immer angeschaltet Jetzt kann man natürlich daraus einen richtig coolen Spleave machen Einen Spleave machen Und vor allem, da die Technik nun erkennt Wann sie fertig ist Könnt ihr den Spleave so schalten Mit anderen Worten Ihr gebt zwei Spielern einfach mal eine Pickaxe in die Hand Macht darunter einen Lavasee Zwei Spieler bekommen dann eine Spitzhacke in die Hand Und die müssen sich nun kloppen Hier wird eine Arena gebaut Die Arena müsste man vielleicht nochmal Wenn ich mal ganz kurz hier Obsidian mir nehme Also irgendein kräftiges Mal Was ich nicht abbauen kann Also den Renner, diesen Glowstone-Rand So, würde ich komplett aus Obsidian so machen Hier auch So Und dann auch hier den Glowstone durch Obsidian ersetzen Also würde ich mir mal ganz kurz die Mühe machen Können wir jetzt daraus ein Game quasi bauen Ein kleines Spiel, welches dann mal Hier dann hier mit mehreren Spielern zusammenspielen kann So, und zwei Spiele bekommen dann die an der Hand Und jetzt heißt es den anderen Spieler zu Fall bringen So, und wenn das System fertig ist Und das heißt, wenn der Kampf beendet ist Kann dann durch Drücken dieses Knopfes Die Technik automatisch das Ganze reparieren Und dann ist hier zum Beispiel eine Tür Man könnte hier eine Tür hin machen Und die Tür zum Beispiel, die zum Sleeve führt Sagen wir, hier ist eine Tür So, und diese Tür führt zum Sleeve Machen wir mal eine einfache Tür Das Ganze verbindet man dann nur noch mit Dieser Fackel hier Darf ich mal ganz kurz So Und Es ist nur ein Konzept, was ich jetzt zeige Was ihr aus diesem Konzept macht Ist ja euch überlassen Ihr könnt ja alles mögliche jetzt aus diesem Konzept Was ich euch zeige, machen Das wäre so eine Idee, wo ich das jetzt anwenden würde Was er heute gezeigt hat So, ist die Tür jetzt auf? Die Tür sollte eigentlich auf sein Okay, die Tür ist auf Gut So, also nochmal Die Spieler spielen hier Sleeve So Und sind fertig mit dem Spielen Und man drückt auf den Knopf Und die Technik resettet sich Die Tür ist nun hier abgeschlossen Mit anderen Worten Ich als ein Also die nächsten Spieler Müssen jetzt hier warten Bis die Technik fertig ist Das heißt, bis Der Sleeve fertig gebaut ist Also ich warte jetzt hier Bereite mich schon mal vor Nimm meine Spitzhacke in die Hand Dann gleich geht's los Gleich ist die Technik fertig Und da Auf sie mit Grüll Und dann geht die ganze Partie auf einmal los Das wäre eine Möglichkeit Das anzuwenden Also Ein cooles System Also ich dachte erst so Boah Ein Cobblestone Generator Kennt man ja schon x-mal Aber das ist natürlich eine geile Idee Ein Cobblestone Generator Der sich mit einem An- und ausschaltet mit einem Knopf Aber da haben wir hier noch schönes Experimente 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 Eine Uber Was soll denn das hier sein? Achso, nee Ah, ich glaube hier sind versucht worden Experimente zu bauen Das ist ja Man möchte ja immer sowas versuchen Das ist ja Das coolste wäre Wenn man ein ganzes Haus Aus diesen Generatoren bauen kann Also nicht nur vier Wände Sondern auch eine Decke und so Welche sich automatisch nachbaut Und das Problem ist Das ist leider noch Nicht ganz möglich Aber vielleicht in Zukunft Die Technik in Minecraft entwickelt sich ja Ja, dann Vielen Dank für die Einsendung Coole Geschichte Bis bald Und ciao